Ich hab ein Standbild für ungefähr 2 Minuten Kann es sein, dass du vielleicht bei deinem Fidobeast Launcher die Gigabyte-Zahlen nicht erhöht hast? Ich hab das auf 6 Gigabyte Oh wie süß Ist schon süß, ne? Wir sind aber vollkommen ausreichend BGF ME-System Ähm, ja Wollen wir jetzt Ähm, die... Bonus Scheiss Halt da doch einfach hin Brauchst du mich dazu? Ja, ich brauche tatsächlich sein Ich weiß nicht mal wie das Deal heißt, warum brauchst du mich dazu? Mh, mach mal was anderes gleich Ok, gut, dann brauch ich das halt bei mir hin Nein, nein, mach schon, pausch schon Du weißt, was passiert, wenn du das jetzt bei dir hinstellst Damit kein Schilder Denn das hast du mal genäht an? Jop Ok Ok Jetzt ist wieder aus Aber jetzt sind wir time-outet, oder? Nö, noch da Ja, du bist... also du bist aus dem Spiel geläftet, ja Aber im TS bist du auch noch da Aber im TS bist du auch noch da So, darfst du nicht Das ist aber ne Hedge Einfach Einfach zulassen, danke 5, 6, 7, 8, 9, 10 So... 1, 2, 3 Oh, schneller Weicht 6, 7, 8, 9, 10 Ähm... 9, 10 Energy code Energy code Noch eins Und dann noch eins Also noch zwei stück Natürlich haben wir da kein Papier mehr drin Geh doch Einfach zu Danke Flasche Alter Boah ey, ich häng immer bei dieser scheiß Facke hier fest Du darfst sowieso jetzt nicht craften Ich will ja nur was rausnehmen Ey, hier verreckt die andere Slime Ja, dann hau rein Ich brauch nur Papier grad Wir brauchten doch mal für irgendwas Pink Slime, oder? Ja, für die Laserdweights Bist fertig? Ja, ja Und zwar ähm... Was ist das auf der Telefon? Halt dat Maul! Und zwar gibt's das als ähm... Nebenprodukt vom Slaughterhouse Halt dat Maul! Warum machen wir das dann nicht? Ja, ja Ich hab zu wenig... Was hast du jetzt zu wenig Farbe? Nein, für sich Äh... Halt maul hier bitte Slaughterhouse Slaughterhouse Ja Eins, zwei, drei So... Der E-Controller ist doch voll klein Tschüss So... Erstmal noch vier Linking-Bobs gemacht Ey, einmal nach Hause Stell ich mir da ein Portal auf Ehh... Ehh... Neh... Flieg... 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 Sollen wir jetzt erstmal nur Tier 1 machen? Weil ich weiß nicht, wieviel Draconen wir haben Wir haben... Nicht genug... Gut... Und Seiden hier nimmt was aus dem Edelstein aber Da werde ich dich töten Das will ich sehen Weil wir haben ja nicht genug Hier oben Hier oben Adrian Da fliegt dein Ding Du bist geteater, ne? Das mag schon an... Machen mit ihr Leben Dankeschön Warte kurz, ich musste eben Flash beim... Bauen assistieren Ja Weil ich glaube, hätte ich die da nicht ein... Eingesetzt Die... Also... Die Ender Quarry in den Nether Dann hätten wir nicht so viel davon Gönn dir! Mach an! Stell dich auf das andere... Vielleicht kommt ja immer noch Wasser runter Pfff... Schalt es oben, mach ich später wieder Ja, was macht ihr denn an? Mehr Energie! Ihr habt ihr nur Tier 1 gebaut? Ja! Woher Lenny? Ah... Die Pussis Kann ich mal Blown up Drafen wirst du nicht übertreiben Die Explosion habe ich je gehört Ich glaube, der nächste... Das nächste Modpack muss einfach... Einfach übertrieben heißen Ja Übertreib nicht oder... Ne, übertreib oder du stirbst Hm Geht es an Lenny? So Lass mich erst da hinkomm Hinkomm Artikel, Generator Und ein Energy Core noch Und RedStomp-Blöcke und... Ne, ne... Ich hab's schon angemacht Wo ist der? Wo bist du WTF? Über meinem Turm Über deinem Turm? Stink mir Adrian, wie komm ich da jetzt hoch? Ne Ahnung, mit einer Portalgun? Warte... Ey, ich schieße dir da irgendwo ein Portal Du kommst nicht da hoch Was burned? To a quiz? Lenni, da ist irgendwo ein Portal Lenni, da ist irgendwo ein Portal Ich habe rausgefunden, dass du da hochkommst In der Base In der Base Oh mein Gott, ist der süß Ich sag irgendwo wo Was ist süß? Was? Was ist gemacht? WTF macht das Portal Alter Alter Leck doch mal Ich leck doch gar nix Oh ja, Schleck Ich back grad dezentrum So, ich komm immer noch nicht zu meinem... Bist doch behindert Doch, irgendwo schieß ich grad ein Portal den am Anfang Nein, der geht nicht Fakt gedrückt Oh ja, klar Ähm... Wo bist du Lenni? Lenni? Ja? Wo bist du? Wo der WTF Achso Er hat's schon gemacht Ich hab's schon gemacht So Was mir grad aufgefallen ist Lenni? Ah, nein! Ich hab deinen Jus aufgehoben Wo ist der ganze Storycentrum? Ich hab' gegessen Hier, du hast deinen Jus Äh... Oben im OE? Du kannst da zugreifen, ne? Ist keine... Ist es nicht Ach nee! Hier irgendwo in einem dem... Den Deep Stouch Das ist... Weil die schon da hinten angeschlossen sind Ich tu doch grad alles umändern Ich mach's doch nur ein Blödsinn grad Ah, Mann, er stirbt einfach nicht Schade Ey, komm, wir machen das Ding größer Voila! Guck mal, ich steh auf ner kleinen Erde Ey Du kannst jetzt grad nix machen, Black, ne? Ey, ich hab's schon, ich hab's schon So, das noch Oh, ich weiß gar nicht Ich weiß nicht, ob ich noch Minecraft spielen kann So PvP oder so Ja, dann bauen wir noch eins zu haben Ja Ich nenne diesen Planeten... Lappen Frey Klum Nenn ihn Klum Ja, ich will auch Klum Ja, klar bauen wir das größer Wie viel Draconium brauchen wir für größer? Sekunde Nix Sekunde Nanosekunde vielleicht Ja, doch keine Ahnung Nanosekunde Ich muss halt mal gucken Nanosekunde zu Ende Okay, also Nanosekunde zu Ende Das Teil hat kein School, aber ich muss... Mano ist ja da Ist das auch nochmal neu hin? Warte, Black Oh, das ME ist alles Ja, wartet doch Wo? Ach, schiebst du grad die ME-Festplatten um? Ne, ich schieb grad... Das ME ins andere Mehl rum 6 Daconium Blöcke für... Warte... Für das... Also... Für Tier 2... Sag mir einfach ne Zahl! 6 Daconium Blöcke Danke! Ja, du weißt doch wie Lenny ist Guck mal da hinten jetzt Wo da hinten? Wo da hinten? 5... 8... Wo ist da hinten? Warum... Warum gehen die Festplatten noch nicht an? Ach, hier fehlt noch ein Kabel Die müssen auch die Redstone Blöcke dazunehmen, ne? Und? Ja, ja Aber ich hab jetzt erstmal nur die Daconium Evolution Ist da jetzt was drin, ne? Mit der... Komm her Hier, hier, andere Seite, hier Hier habt ihr... Jeder von euch hat ein Panel Kommt noch ein Schild dahin Für blöde Für blöde? So... Okay Reicht ein Stick Rützen Blöcke? Nein Alter Warte Wenn ich... Warum haust du mich? Vor allem Bei mir ist das noch gar nicht eingekommen Bei mir leckt das extrem Alter, ich muss mich hier konzentrieren Okay, jetzt ist erstmal das Haupthaus mit meinem Haus verbunden Jetzt durch die Portalwelt Okay Dann mach ich mich gleich auf und Gehe zum Endportal und Ja Da auch hinkommen Ganz schnell So, wie viele Daconium Blöcke brauchen wir jetzt nochmal für die Dinger da? Warte, wir haben 11k Daconium? Ja Klar Lenny Lenny Stöte dich Lenny Ich hab die eben Nether aufgebaut, ne? Die in der Quarry mit Und dann hat die Fortune 3 gehabt Noch dazu Hier kommen wir nicht aus dem Himmel Ist das schon klar, ne? Okay, Adrian, wenn wir das jetzt haben Hä? Das ist die ganze Zeit schon Ja, der weiß das doch gar nicht Eben haben wir sogar 12k, aber ich hab was geschmolzen Ja, aber er weiß das doch noch gar nicht Lenny, alles was da drin geschmolzen ist, ne? Dann äh, Finger weg Ich schmelz gerade 3 Steps Dann Finger weg Ja, gut schmerz Süß Wolle wie gut die Welt gerade bei mir lebt Ich seh alles unten Lenny, da ist ganz viel Blakon im Ohr raus, ne? Hallo? Hallo! Oh mein Gott! Das ist ja eine Aufnahme Hallo Herzlich willkommen zurück Oder so Hast du Minecraft eigentlich schon erst gestart? Ja, ich? Ja, du Oh Manns Ey, Adrian, wo war's gestern? Ich war bei sowas in die Kneipe Hast du da auch dreien? Ja, ja, passt schon Ja, ja, passt schon Adrian? Ja Du weißt, ich hab dir gesagt, das ist böse, ne? Verboter was zu machen Ich war mit dem Lateinlehrer meiner, äh Und der Hälfte meiner Klasse ein Trink, entschuldigung Was? Wer? Der wird vielleicht nächster mein Geschichtslehrer Ist geil, ne? Ja So Kinder, jeder von euch hat jetzt ein Ding außer Dele Weißt ihr was? Diese Toilette bleibt bis auf weiteres wegen Missbrauchs geschlossen Alles klar Dele ist egal, ne? Ist geil, ne? Weißt du, was ich das 10 Minuten lang gemacht hab, Centus? Hä? Wo ich hier aufgenommen hab, ein schwarzes Bild Yay Die Szene nicht gewechselt Das hast du echt brav gemacht Na, Lenny, wieviel Redstone willst du rausnehmen? 1K Nimm noch ein K raus Ja, 194.000 nur noch Bei Eisen rein Noch mal Redstone Gibt echt Langeweile Ja, ja Cool, er kommt gleich hier raus CTF treibt sich da unten irgendwo rum? So gar nicht Nein Sicher nicht Tipptipp 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 ME-Port Wenn ich da jetzt auf diesen kleinen Planeten einfach wieder Redstone-Blöcke raufsetze Irgendwas leckt, Centus, bist du in ne anderen Welt grad gegangen? Nein Loll Hast du n riesen Leck, ne? Ähm Ne, ich bin grad nicht in einer Welt Danke, Internet Update dir noch mehr Super Top Ich hab grad nur so 600k-bit So Okay Komm jetzt direkt um Nether-Portal Super, ich hab nen Ping von 250 Top Im End-Portal Ist doch n Scheiß Deine Anbindung ist auch super Ja, aber ich kann so nicht spielen Besonders Minecraft kann man da nicht mitspielen Wie Blacks Kopf verdreht ist, voll auf dem Rücken Ach Quatsch Hast du das auch schon gesehen? Äh Lenny, wie viele Blöcke brauchten wir jetzt nochmal? Hm? Also ich hab die Redstone-Blöcke Warum hab ich denn wieder so kack Internet? Wir brauchen ähm Ich komm mal gleich wieder Jaja 218 Draconium 218 Draconium-Blöcke? So